Herzlich willkommen bei Aktien im Fokus, heute mit einem Hammer an Quartalszahlen, nämlich diejenigen, die nicht nur im Internet uns zuschauen oder auf anderen Kanälen zuschauen, die kennen sicherlich auch Netflix. Das soll heute das Thema sein, zusammen mit dem Roland Jägen, direkt nach dem Intro. Hallo Roland. Hallo Andreas, schönen guten Tag. Ja, jetzt ist mir das Thema schon rausgerutscht. Eigentlich präsentierst du das ja immer. Ich hoffe, du bist mir da nicht böse, aber ich war so aufgeregt. Da ist ja richtig was passiert zu den Quartalszahlen. Ja, genau. Passend zu den Quartalszahlen, da war es gestern Abend schon ordentlich volatil, dann nachbörslich, als die Zahlen verkündet worden sind. Und aus diesem aktuellen Anlass heraus möchten wir die Aktie dann nochmal etwas näher beleuchten und dann auch auf die aktuelle Chart-Technik eingehen. Ja, sehr gerne. Noch einmal ist auch das richtige Wort, denn wir haben tatsächlich eine solche große Aktie, die so breit im Interesse unseres Publikums steht hier schon öfters mal erörtert und immer von einem anderen Ansatz seid. Also das letzte Mal ging es tatsächlich darum, was sind die erfolgreichsten Serien und Filme? Also gerne mal hier ins Archiv reinschauen. Und damit habe ich auch schon verraten, Serien, Filme, das ist so das Hauptgeschäftsfeld von Netflix. Ganz genau. Also beim Thema Streaming denken sicherlich die meisten Menschen direkt an Netflix. Und Netflix gilt als einer der Pioniere in diesem Bereich und ist auch bis dato der größte Streaming-Dienst weltweit. Und ja, da bekommt man alles von Filmen über Serien und kann das natürlich auf den verschiedensten Endgeräten dann letztendlich auch abspielen, egal ob es am Fernsehgerät ist oder natürlich auch am Computer, am Tablet oder auch auf dem Smartphone. Und tatsächlich ist die Firma so alt wie Google und hat auch eine interessante Historie, den Namen. Ja, den kann man sich eigentlich selber auch zusammenreimen. Net und Flix, also Filme im Internet, das ergibt auch Sinn. Aber das war nicht immer so, denn man hat tatsächlich begonnen mit einer Mediathek und hat DVDs und CDs damals noch mit der Post versendet. Genau, man hat da ganz klassisch angefahren mit dem Postversand entsprechend und hat alles an seine Abonnenten verschickt. Das waren teilweise mehr als 190.000 DVDs pro Tag. Und dann hat sich das aber dann letztendlich auch schnell gewandelt von diesem wirklich Postversand hin zum Online-Streaming-Dienst. Das heißt, Video-on-Demand wäre hier das Stichwort. Und das ist ja das, was aktuell jetzt nur noch stattfindet, ja. Und das war tatsächlich dann bahnbrechend, wegweisend. Also es gab auch keinen Konkurrenten am Anfang. Mittlerweile holen die auf. Die schauen wir uns nachher gerne nochmal an. Und das Interessante daran ist, dass eben die Zahlenabonnenten immer mehr werden. Ich habe jetzt hier mal bewusst die älteren Daten drin gelassen. Wir schauen gleich mal auf die neuen. Und mit dem Hinweis verbunden, dass man hier diese Ursprünge jetzt komplett einmal platt macht, ganz auf Deutsch gesagt. Und ich habe jetzt auch keine DVDs mehr versendet. Genau, das war noch so ein kleines Nischenprodukt, dass man bis aktuell jetzt noch DVDs versandt hat. Aber aktuell, jetzt wird das wirklich komplett eingestellt. Das heißt, die Ursprünge werden nach 25 Jahren dann letztendlich hier abgeschnitten. Und damit gibt es wirklich nur noch Video-on-Demand. Ja, und den Weg nach vorn letzten Endes. Ja, bei den Preisen, da sucht man noch die goldene Mitte. Und hier sieht man auch schon, dass es auch ganz viele andere Wettbewerber gibt. Also ob das jetzt eine Amazon ist, eine Disney, die man hier hat, oder auch Apple TV oder Join. Das sind alles ähnliche Wettbewerber, die teilweise ja auch deckungsgleiche Programme haben. Das muss man ja auch sagen. Genau, die Konkurrenz ist größer geworden, muss man ganz klar sagen, und wächst auch immer weiter. Und da muss man sich natürlich umschauen, ob man sich da weiterhin so als Branchenprimus behaupten kann. Zumal da wirklich auch viele andere Anbieter mit attraktiven Serien, attraktiven Filmen locken. Und bei Amazon ist es ja dann auch so, da hat man es dann häufig sogar in diesem Bundle mit drin, dass man einfach entsprechend die Produkte kostenlos geliefert bekommt und hat noch entsprechend Prime Video mit dabei, während man Netflix ja dann separat buchen muss. Von daher, es gibt eine starke Konkurrenz, gegen die man sich dann weiterhin hier behaupten muss. Ja, da versucht natürlich Netflix dann auch immer wieder neue Modelle zu wählen, zum Beispiel auch ein bisschen mit Werbung, was von dem originären Konzept etwas abweicht. Aber dafür weicht auch der Preis ab und ist damit fast schon unschlagbar. 4,99 Euro, also Preiswerte, habe ich im Streaming-Dienst noch nicht erlebt. Genau, mit diesem werbefinanzierten Angebot versucht man natürlich dann letztendlich auch andere Nutzergruppen zu erschließen und einfach mehr Nutzer dann letztendlich auch in seinen Dienst reinzubringen und dann vielleicht auch später zu einem möglichen Upgrade zu bewegen. Und ja, das ist ein neuer Weg, den Netflix jetzt hier geht seit Mitte des letzten Jahres. Und ja, da zeigen sich jetzt schon auch vielleicht die ersten Ergebnisse in den aktuellen Zahlen. Ja, auf jeden Fall. Man ist es ja auch gewöhnt von YouTube beispielsweise. Also auch da muss man zahlen, wenn man die YouTube-Videos werbefrei sehen möchte. Ansonsten bekommt man Produktinformationen, wie es so schön heißt, immer mit eingeblendet. Die Konkurrenz hat aber auch noch was anderes hervorgebracht. Die Konkurrenzsituation, indem man sich zum Beispiel gegenseitig Serien, die entweder exklusiv sind oder auf mehreren Kanälen parallel liefen, dann wieder zurückholt. Und das macht jetzt beispielsweise Amazon. Die holt nämlich eine sehr, sehr beliebte Serie zurück und zwar ganz autark. Also man kann sie wirklich nur noch auf Amazon sehen. Und das bringt vielleicht einige der Nutzer auch zum Wechseln. Genau. Es geht um die Serie Fargo, so ein bisschen als Kult, zu einer Kult-Serie geworden, auch hier bei Netflix. Und die hat sich jetzt letztendlich Amazon hier geschnappt. Und damit ist sie auch exklusiv bei Amazon verfügbar. Und das könnte durchaus dazu führen, dass natürlich der ein oder andere Nutzer dann auch wieder umswitcht. Und manche haben natürlich auch mehrere Streaming-Dienste parallel. Aber es kann durchaus vielleicht den einen oder anderen Kunden dann letztendlich auch kosten. Ja, insbesondere bei den Streaming-Zugängen, da läuft viel parallel. Man schätzt von den 230 Millionen zahlen Abonnenten bei Netflix ungefähr noch eine Dunkelziffer von 100 Millionen, die einfach über die Passwörter zuschauen. Und das ist auch nochmal ein weiteres Thema, was jetzt in der Bilanz-Pressekonferenz angesprochen wurde. Damit soll bald Schluss sein. Und sobald das aufgedeckt wird, wird nicht nur der Account blockiert, sondern da werden gleich Zusatzgebühren mit in Rechnung gestellt. Genau. Also da will man auch weiter verstärkt durchgreifen, entsprechend gegen das Teilen von Passwörtern. Und das lief eigentlich schon sehr, sehr gut ein an in den letzten Monaten. Da hat man sich eigentlich positiv zu geäußert. Und das Ganze will man dann letztendlich auch jetzt hier weiter fortführen, um dann auch die gewünschten Ergebnisse zu erzielen. Ja, ich bin wirklich gespannt. Die Analysten sind mehrheitlich positiv gestimmt. Also von Halten bis Kaufen waren die ganzen Ratings bis zu den Quartalszahlen hier auf der Oberseite vertreten. Also keiner hatte gesagt, die Aktien sind zu teuer, denn die hat ja Dynamik weiterhin und Wachstum aufgezeigt. Und wie sich das in den aktuellen Quartalszahlen widerspiegelt, das wollen wir jetzt mit ins Bild bringen. Also der Kampf gegen Passwortsharing wird internationalisiert. Man hat es in einigen Regionen schon ausprobiert, auch mit der Werbung davor hat man ausprobiert in Kanada, sehr erfolgreich. Jetzt geht es eben weltweit da zur Sache. Und die Quartalszahlen, die lesen sich auf den ersten Blick ganz okay. Genau. Ordentlich könnte man sagen, jetzt keine herausragenden Zahlen, aber auch keine, die komplett enttäuscht haben. Von daher ganz ordentlich, da würde ich auf jeden Fall zustimmen. 2,88 Dollar pro Aktie, damit lag man leicht über den Analysten Schätzungen von 2,86 Dollar. Der Umsatz war minimal geringer als von den Analysten erwartet mit 8,16 Milliarden US-Dollar. Was so ein bisschen auch enttäuscht hat, war dann letztendlich, dass die Dynamik hier auch nachgelassen hat, was die Umsatzsteigerung anbelangt. Nur noch 4 Prozent Wachstum. Und da erwarten oder haben auch viele Analysten deutlich mehr erwartet. Ja, vor allem die Kosten, die drücken natürlich, also nicht nur für die Videoproduktion, sondern letzten Endes auch für das Personal, wenn man in Richtung effizienteres Vorgehen gegen Passwort-Sharing hier Tools installiert und, und, und. Also Nettogewinn ist gesunken, um 18 Prozent trotzdem noch ein Gewinn. Das sieht alles in der Bilanz, wollte ich sagen, jetzt holpert es hier sehr, sehr gut aus. Und wenn man da die nächsten Quartale sich anschaut, soll das Wachstum auch beibehalten werden. Das soll beibehalten werden, aber der Ausblick hat doch etwas enttäuscht, muss man auch sagen. Auch die Marge, können wir nochmal ansprechen, die operative Marge ist von 25,1 auf 21 Prozent gefallen. Das haben ja auch viele erwartet durch diese günstigeren Einsteigerangebote, ist die Marge doch deutlich kleiner als vorher. Von daher, das und auch der Ausblick lag jetzt insgesamt etwas unter den Erwartungen, weil für das zweite Quartal, das jetzt ansteht, haben die Analysten doch bisher mit einem Ergebnis von mehr als 3 Dollar je Aktie gerechnet. Und da hat man jetzt gestern nur 2,84 Dollar in Aussicht gestellt. Von daher hier oder hier 2,90, also in diesem Bereich auf jeden Fall unterhalb von 3 Dollar. Und das war so ein kleiner negativer Punkt, den man auch ansprechen sollte. Ja, und das war auch das Erste, was ins Auge fehlt, dass quasi der Ausblick ein Stück weit nach unten revidiert wurde und hat die Aktie um 10 Prozent zurückgeworfen. Aber das konnte dann nachbürsig auch wieder aufgeholt werden. Das sieht so ein bisschen aus wie eine Fettfingerorder. Ich hatte mich auch erschrocken, als die Zahlen kamen. Die kamen direkt nach 22 Uhr. Aber lass uns mal bei dem Positiven bleiben, bevor wir noch in die Aktienanalyse reingehen. Netflix wächst in allen Regionen und ist in über 100 Ländern vertreten. Also insofern sehr breit aufgestellt. Man ist sehr, sehr breit aufgestellt. Man ist wirklich, ich glaube, in 190 Ländern verfügbar von 196. Das heißt, letztendlich gehört man zu den wenigen Unternehmen, die fast 100 Prozent Marktabdeckung haben. Und das ist auf jeden Fall weiterhin hier auch positiv anzumerken und auch dieses Wachstum in allen Regionen, das man hier auch weiterhin verzeichnen kann. Und das soll dann eben auch über die nächsten Jahre fortgeschrieben werden. Deswegen gibt es weitere Updates nach den Quartalsteilen, logischerweise immer von den Analysten. Und die habe ich von heute taufrisch einmal hier geordnet. Die kamen jetzt langsam vor dem Start des US-Handels über die Ticker. Der Goldman hat quasi gesagt, na, ist vielleicht doch nicht so gut gewesen. JP Morgan hat das Kostziel gesenkt, aber gesagt, trotzdem Übergewichten. Und die Deutsche Bank hat sogar das Kostziel angehoben. Also so unterschiedlich können diejenigen sein, die die Bilanzen noch ein bisschen tiefer auseinandernehmen als wir. Und ich bin mal gespannt, wie die prominenten Anteilseigner hier reagieren. Ob sie sagen, wir halten der Firma die Stange oder eben, nee, wir gehen lieber raus. Ja, da darf man gespannt sein. Also insgesamt wirklich gemischte Bewertungen hier auch von der Analysten-Seite. Viele kaufen Empfehlungen, aber auch einige halten auf der Halten-Seite. Von daher ein relativ gemischtes Bild, könnte man sagen. Ja, jetzt bin ich gespannt, wie das Bild sich im Chart darstellt. Du hast schon das FreeStocks-Tool gestartet. Ja, hier sieht man die Aktie zunächst im Wochenchart. Und seit den Allzeithochs bei über 700 Dollar sieht man dann im letzten Jahr ganz klar diese Abwärtsbewegung, wo wir auch zweimal zu den Quartalszahlen eine sehr, sehr große Abwärtsdynamik gehabt haben. Dann hat sich die Aktie im Sommer des letzten Jahres stabilisiert und ist seitdem auch in einen mittelfristigen Aufwärtstrend übergegangen. Das sieht man hier im Tageschart dann noch etwas besser. Hat dann auch dieses Gap hier aus dem Frühjahr des letzten Jahres schließen können. Und ist jetzt auch wieder einer interessanten Marke hier angekommen. Ich denke, dieser Bereich von ca. 330 bis 335 Dollar, da liegt auch ziemlich genau der 50-Tage-Durchschnitt, der 100-Tage-Durchschnitt knapp darunter, könnte jetzt auch vielleicht heute und in den nächsten Handelstagen relevant sein. Sollten wir uns weiter oberhalb dieser Marke bewegen, könnte ja durchaus, denke ich, noch mein Aufwärtsimpuls folgen. Vielleicht bis knapp unter die 400-Dollar-Marke. Das war in der Vergangenheit auch ein sehr, sehr wichtiges Niveau. Von daher sind da durchaus auch neue Jahreshochs im Bereich des Möglichen bei einer positiven Reaktion. Ansonsten sollte die Aktie sich unterhalb dieser Marke etablieren, könnte da natürlich auch eine Abwärtsdynamik einsetzen. Der 200-Tage-Durchschnitt wurde jetzt auch seit längerer Zeit nicht mehr getestet. Mittlerweile ist er nach oben gedreht und aufwärts geneigt. Der liegt aktuell bei 281 Dollar und bei einer Abwärtsbewegung ist das ein Bereich, der durchaus vielleicht mittelfristig auch nochmal getestet werden könnte. Darunter ist dann auch weiterhin die wichtige Marke bei ca. 250 Dollar zu nennen. Von daher, ich denke, hier kann man sich perspektivisch sehr interessant positionieren. Aber jetzt muss man erstmal schauen, wie der Markt an dieser Marke reagiert. Gestern waren wir nachbörslich da auch schon um einiges tiefer, aber der Markt hat sich sehr gut erholt und wird vermutlich ohne ein großes Gap dann auch eröffnen. Von daher darf man gespannt sein, wie die Aktie dann auch in den nächsten Tagen hier gehandelt wird. Wer den Sektor insgesamt hochgewichten möchte bzw. davon ausgeht, dass in dem Sektor noch mehr Potenzial da ist, der kann ja auch dazu übergehen und hier quasi mehrere Aktien aus dem Sektor kaufen und sich somit eine kleine Diversifikation aufbauen. Ja, Diversifikation macht immer Sinn, dass man nicht alles auf eine Karte setzt, nicht alle Eier in einen Korb legt. Von daher macht es durchaus Sinn, sich da etwas breiter aufzustellen. Und Netflix ist auf jeden Fall ein spannender Wert, der, denke ich, bei vielen Anlegern ins Portfolio hereingehört. Ja, und einer von rund 100 Werten, die wir schon analysiert haben mit dem FreeStocks Tool. Also mir macht es immer weiter Freude, Updates oder auch neue Werte reinzubringen. Und deswegen geht es morgen hier auf dem Kanal weiter. Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis dann. Ciao.